darf die etwa nicht abkühlen das ist finde ich etwas böse so viel einfach nur reinzugeben nichts dafür zu bekommen naja komm lauf heiß läuft sowieso nichts 9 hast du auf jeden fall 15 24 schon mal plus die 6 so jetzt aber oh mein gott sie läuft sogar ohne dass energie verloren geht ich bin nicht stolz auf die ach ja es gibt doch energie verloren da uranium 238 hä enriched ok gut gut das bedeutet wir haben mal wieder massig verluste bei diesem dummen teil naja naja zumindest klappt das mit den oh vielleicht auch nicht wenn es nacht ist es ist äh wahrscheinlich zu belastend zu belastend für die maschine so hopp hallo hopp 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 da war die maschine この間 So, Uranium Der Stonedust kann weg Wow Kann ich das vielleicht auch irgendwie anders machen Nein Gut Und wie klicke ich diese Flakes Am Grinder Im Extractor Oh mein Gott Ja, schön zu wissen Da bekomme ich das raus Gut Okay, warte mal Nochmal Aus Yellow Ride Habe ich irgendwo Yellow Ride Zufällig Nur so zur Frage Ja Mal so ein bisschen 16 Stück Versucht damit die mal zu crashen Geht nicht Gut Ach, Extractor Natürlich Extractor Geht auch nicht Schade Hat der wahrscheinlich so einen anderen Extractor gemalt Gut Ähm Geht das Da drin Nein Nein Also ich mach mir mal Dann mal so eine Kiste Für Uranium Für Uranium Sachen Dann kann ich ja Das Yellow Ride Rausholen Zack So Ja, es ist genau falsch Hä? Was mach ich hier gerade? Ah So Better Storage Habe ich hier hinten Neben dem Teil auch direkt eine Kiste stehen Mit Uranium Zeug Und Yellow Ride So Das ist das Enriched Das Ding kommt jetzt in eine Fuel Das ist einfach Metal Iron Plate in Metal Forma Gut Iron Plate habe ich ja hier noch Liegen Schön Und den Metal Forma Den habe ich ja auch hier liegen Oh mein Gott Ich habe so viele Maschinen Ich habe jetzt schon wieder ein Stack voll Eisen Das kann eigentlich gar nicht sein Hä? Ach, Canning Machine Ja Die habe ich ja auch hier stehen Nur welche ist das? Das müsste eigentlich die sein Zack Und sie arbeitet auch Och mein Gott Es gibt es doch nicht Etwas arbeitet für mich Uh So Stimmt Es arbeitet ja nicht umsonst Ich muss es ja auch noch anstellen Und dafür brauche ich ein Stück Stick Und einen Stein Sowas halt State on State off Wart mal Nimm mal das Teil hier weg Damit hier ein bisschen produziert werden kann Für meine Schuhe Nein Für die Dings gleich So Äh Ja Was hatte ich gerade vor Uranium holen Ach ja und äh Stick und Stein Nein Stick Und Stein Zack Nein Zack Einen Leather Ja Jetzt hoch Bosch Scheiß Nimm ich gerade überhaupt auf Wartet mal bitte kurz Nimm ich überhaupt auf Ja Gut Das wäre jetzt sowas von der Fail gewesen Hallo Dann Nein Du da Zack Und es läuft Fünf EU per Tick Wow Und dafür habe ich jetzt diese ganze Arbeit gemacht Um nochmal fünf extra EU Zu bekommen Naja Aber Ich kann ja jetzt noch Etwas mehr extra EU Herstellen In der Zwischenzeit kann ich ja mal Äh Noch ein paar Overclocking Heat Vans bauen Na Okay Clocking Genau Dafür habe ich ja jetzt wieder genügend Iron Die Frage ist ob ich genügend Kupfer habe So Kloppe ich erstmal Das ganze Ding Platt Bas habe ich ja noch genug Zack 36 Ich glaube das wäre etwas zu viel Naja Das brauche ich noch Gold brauche ich noch Gold brauche ich noch So wie ging das nochmal Zwei Das brauche ich noch Es brauche ich noch Zwei Zwei Vier Hallo Vier Nein Es passt genau Es passt genau zu viel Dann baue ich die direkt Mal Um zu Kupferkabel So Ähm Zinn Da Her mit dem Zinn Äh Wie viel brauche ich Äh Überleg Um 3 5 1 2 2 3 3 4 4 5 6 5 6 5